Hallo, jetzt geht es um zu das der Fälle von Möbelkreuz und das ist ein Wäbelsteller, die wir hier jetzt sagen, jetzt geht es um die Fälle und wir sind hier auf die Fälle und wir sind hier auf die Fälle und jetzt endlich, jetzt einfach bitte das Fälle für die Fälle, die sich hier in der Fälle und das ist ein Wäbelsteller und das ist ein Wäbelsteller und das ist ein Wäbelsteller